Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft zusammen mit dem David und dem Lennart, der Lennart kommt, aber er ist jetzt gleich, der ist irgendwie auf Kahn gegangen und halt nicht gesagt. Und ich muss nur meinen Cook-Timer starten. Denn das ist ein Cook-Timer. Ein Cook-Timer? Guck. 30 Minuten, Start und es geht los nach dem Intro. So, da sind wir wieder und ich habe auch vergessen, die Musik zu starten. Also ich muss immer noch mein Haus entwässern. Ja, und ich muss, alter ist das scheiße Lager, what the fuck. Ich muss mein ganzes Haus neu aufbauen. Ach ja, ähm, da ist es vorbei. Jetzt guck mal, guck mal. Ja, ich komme gerade aus meinem Wasserhaus. Und ich spiele mich gerade mit dem Facebook-Tag. Ich komme mir nicht mehr aus und, man, kann zu mir wieder aufbauen, guck mal, 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 guck mal. Ich fühle mich gerade, wie die Musik total behindert. Hier hat er im Hintergrund läuft. Und netterweise hat Exo, äh, als wir ihn rausgeschmissen haben, hat er uns netterweise alles Zeug in die, äh, Dingens-Tron einsortiert. Jetzt können wir jetzt mal gucken. David, komm mal her. Ich will jetzt wissen, was der, was der alles hatte, seine Eindertruhe und alles. Das möchte ich jetzt wissen. Wahrscheinlich Paulus. Ne, guck, 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 das will ich sehen. Loll, David, David, guck mal in die obere Truhe. Loll. Spawn Eggs. Spawn Eggs. Sind hier irgendwo noch Spawn Eggs drin? Er hat mir gesagt, jemanden, er hat mir gesagt, dass er hier noch, da noch, warte noch, ist er hier hinten auch noch? Ne. Sind hier noch irgendwas? Das muss ich gleich alles sortieren, Alter. Ja. Hat er erst mal fett Spawn Eggs. Ohne Scheiß, Exxon Cheater. Die Fangsfläche hat er gesagt, er hat einen Dorf gekriegt. Neul, noch mehr. Alter Pferde Spawn Eggs. Pferde Spawn Eggs. Ja. Ohne Scheiß, wo haben wir irgendwo Lava? Verbrennen. Ich nehme sie, aber ich glaube, ich verbrauche sie nicht. So, ich werfe jetzt aber weg. Mann, Scheißdecke, Leid. Wegen Teckelheit denke ich jetzt, aber ja, es ist so schnell springt. Das ist so schnell springt, das ist so schnell springt. Weg mit den Spawn Eggs, alter Exxon Cheater. Ohne Scheiß. Wie kann der, wie kann der nun? Wie kann der nun? Er hat ja alle gekauft. Gekauft. Ich hoffe, der hat meine ganzen Sachen. Er hauscht gekauft. Ja, meine geile Schaufel noch. Mein geile Schwert. Mein zweites Spitzel. Ich habe wahrscheinlich irgendwie einen Wasserrohrbruch in meinem Haus. Alter. 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 als ob die nicht geschildet sind. Ich weiß nicht, wie viele von denen nicht geschildet sind. Denn über 26 Gold OP-Äpfel gehabt. Was ich jetzt mache, ich weiß nicht, wie viele echte oder wie viele nicht. Ich mache es alle weg. Oder gibt es alle weg? Oder gibt es alle weg? Oder gibt es alle weg? Ich habe auf jedem Block Wasser geplantet. Nicht in der Ernst. Aber nur an der Decke. Endlich. Oh, 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 guck mal. Julian. Ja, warte, ich komme. Und jetzt leckst es gerade bei mir. Ich weiß nicht. Achso, weil ich SimCity gerade mit der Gute. Was? Habe ich nicht gesagt. Nein. Habe ich nicht gesagt. Aber sie wissen ja nichts. Wie der SimCity, ne? Da wird Waschung, oder? Ich meine. Und das sagt nicht, dass ich da jetzt nicht schwimmen muss. Soll ich dir helfen? Ja, mit dem Wasserrohr. Und, warte, hat er extra Dierrüstung an? Guck mal, ich will das mal an. Weil ich habe keine Dierrüstung mehr. Warte, wie viel Dier ist hat er überhaupt? Ein Stack, zwei Stacks, 2,619. Wir haben wieder ein paar Dier. Okay. Alter. Sind die gecheatet oder echt? Ich kann es nie, einschätzen, ob diese Schuhe hier gecheatet sind oder echt? Also, ich kann die einschätzen, ob die Sachen gecheatet sind, nicht die Schuhe. Die Schuhe sind immer am schwersten. Mann, das ist echt leid. Hat der auch noch irgendwo einen Helm? Boah, ich muss das jetzt mal alles einsortieren. Oder, ne, warte, ich helfe dir vorher kurz damit. Nee, ich kann das nicht sagen. Okay. Haben wir hier noch irgendwo Eimer? Nope. Warte, ich habe drei Eimern gerade noch hier. Ich muss eh gleich mein Dach noch weiterbauen. Oben hab ich auch noch was geplattet, ne? Das weiß ich. Er hat es schon oben. Wir haben dich fertig. Was sollte schon alles entfernt? Kannst gucken. Und was? Ich bin sehr effektiv. Auf mir ist Effizienz drauf. Ja, und das Wort hat Spoiler, weil diese Folge nämlich am Mittwoch kommt. Oder so. Oder so. Oder so. Boah, geil, Alter. Boah, geil, Alter. Ja, auf mich ist es. Oh, Leute, hier, Musik. Ey. Muss ich das, was da noch loswerden? Dass du Sack geplant hast. Kannst du vielleicht mal den Turm hier vorne wegmachen? Ich muss mein ganzes Haus wieder aufbauen. Ich kann gerade nicht. Ich muss mein Haus noch vollenden. Bitte, komm, David. Ich komm da eh nicht hoch. So, ich zähle jetzt mal alles Zeug, was ich mir mit mir habe, daraus. Was da alles zumindest. So, ich geh mir denn arbeiten, ne? Okay. Was meinst du mitarbeiten? Was meinst du mitarbeiten? Siehst du das? Hm, was meinst du mitarbeiten? Keine Ahnung, was hab ich jetzt noch mal... Ach so, ein OP-Apfel, glaub ich mir dabei. Komm her, mein Schnucki. Oh nein. Ich bin nicht extra, der es möchte. Oh, komm her. Also jetzt sollte ich hier ein. Oh ja, oh ja, oh ja, oh. Bitte hör auf. Oh ja, komm, 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 komm. Übrigens hat er, das sind übrigens alle seine Truh, nicht nur die Ende-Truh und sowas, sondern alles so um Wollschungszeichen. Na. Hat er uns netterweise abgebauten durch die Höhlen gemacht? Ja, wir haben endlich wieder Koppelstone ein bisschen. Und ein bisschen Künstler. Bisschen Briggs. Ich glaub, die Briggs waren sogar von mir, als die Militante. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So, Fässerstein. So, Riggs. So. Einortieren. Erfahrungsfläschchen. Sind die gecheedelt oder sind die nicht gecheedelt? Oder was muss ich extra kurz auf Skype fragen? Na, du wirst sie eh verbrauchen. Na, du wirst sie eh verbrauchen. Erstmal alle Blöcke rausnehmen. Die Klöstenzaten, die sind auf keinen Fall gecheedelt. Die hatten wir denen mal gegeben. Doch weiß ich, Schenszen auch. Jens, jenau. Jens, jenau. Jens, jenau. Ja, wir haben noch eine Endertruhe. Das ist meine. Meine Endertruhe ist schon noch. So, Eisenerz. Das da. Das da. Warum hat er so viel TNT gehabt? Gehüterstein. 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 Hier sind so viele Blöcke drin. Holz. Hier ist Holz. Holz. Alter bin ich langsam, ey. Alter, das riecht so auf, ey. Alter. Alter. So. Look in the Ty RA fundamental. Nein, komm weg. Nein. Okay, weiter geht's durch den Baum meines Hauses. Was ich nie nutzen werde. Komm, exakt, antworte. Ich will wissen, ob sie gecheatet sind oder nicht. Nein! Mann. Scheiß, ich will ein Jetpack haben. Julian. Auf jeden Fall. Jetzt hast du voll gespoilert, Mann. Im Tag ist Leid haben wir noch kein Jetpack. Ach ja, scheiß, ne? Jetzt fangen alle, wir hätten richtig weit im Voraus. Ich hab das letzte Mal aufgenommen. Lol, wir haben ja schon fast zwei Tun voller Erde. Tun. Tun voller Erde. Lolololol. Hätten wir so weit aufgenommen, wäre ich noch gar nicht in eurer Klasse. In unserer, eurer, unserer Uhr. Ja, soweit werden wir durch keine Klasse. So war das. Doch, doch, doch. Ja, immer doch. Doch, doch, das stimmt wirklich. Wir essen nur noch Küsse. Wir haben sehr klein angefangen, da hatten wir, äh, schon eine Klasse. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Ja, weil jetzt Play Minecraft. Weil Jetpacks. Was? Vor allem. Alter, scheiß Bug. Ich bin doch fast verreckt. Halbes Herz. Alter, wir haben noch 36 Holz. Was soll der Scheiß? Ich hab jetzt 5, 10, 6 Holz gefarmt. Ja. Ich weiß. Muss ich jetzt wirklich wieder Holz farben? Ja. Oh, oh. Tschu, 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 tschu. So, sortieren. Endlich mal wieder sortieren. Jeder hat sich drauf gefreut. Oh, Tine rennt. Alter, du hast dich gerade angehört wie ein verstümmelter Affe. Ja. Hoga, Hoga. Alter, wir haben, wir haben 1 Stack und 45 Drohnen. Oh, oh, oh. Ja, ich bin dafür, dass wir ein Haus aus Drohnen bauen. Auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Stecker Potions? Schreibt extra oder nicht zurück. I don't know. Fuck you. Ne, eben hat er ja zurückgeschrieben. Eben. Eben ist nicht jetzt. Ne, fe, 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 fe. Eben ist nicht jetzt doch. So. Kraft, Kraft in Table. Ah ne. Doch, egal. Endert, endert True. Ich stehe bei meinem nicht mehr von einem Haus auf. Ach, Mann. Was mache ich jetzt? Guck mal mein Haus an. Das sieht schick aus, so wie es jetzt ist. Auf jeden Fall. Schicker als vorher, ne? So eine Tour. Wie findest du mein Haus? Heuslein? Nicht so schick wie meins. Hahaha. Du lachst, ey, Julian. Ja, das ist übertrieben. Wie scheiße das aus jetzt? Du lachst so wie Julian. meins, ich kann ihn jetzt mal nicht mehr in den Jungen. Oh, meins, jetzt den Julian? Man hat's nein, nos, ne, Julian ist beschissen. . Ne, ernsthaft, der Dach wirklich beschissen war. Ja, glaub ich, ich kenne ihn ja auch… Ich kenne ihn seit der Bonn-Schule. Uuu ! Ich nit. Ich weiß. B-b-b-b. Samen. Samen. Der Sack war immer kleiner als ich. Welcher Sack? Ich war immer der größte in jeder Stufe. Selbst im Kindergarten war ich immer der größte. Oh 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 oh. Lernst du etwas sagen damit? Ich fände ein großer Sack. Ein großer berühmter Sack. Reich, fehlt noch. so viel reich ein und ein großer unterreicht der mond sieht so mondig aus so viel schwarzpulver ja ich bin dafür dass wir darauf den thema wieso kann man keine schwarzpulver blöcke machen ja ist so man das braucht jeder ja und daraus kann man kann nun machen wenn man eisen und leidt 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 nein es wäre doch keine kann man wirklich wenn man nennt so eine große kanone bauen könnte in mein kopf die geile kanone stelle ich noch mal vor ob er sagt ihr fand ich will nicht entschieden und ich glaube der lügt nicht mehr weil warum soll der sache das heißt wohl der kohle von stecht in mich dort wird die verzerrte bücher truhe gemacht ich nicht da hat jetzt nein habe ich nicht ein glaube ich ja auch mit sich die auch hin tun ich glaube er hat ja gemacht ich bin am ehesten ich auch nur holztreppen und das haben wir noch welche glaube ich Ich brauche noch wahrscheinlich 10 Stacks. Nein, ich brauche noch 2 Stacks. Lapp ist dazu. Nein, jetzt habe ich mir den Weg nach oben verbaut. Weißt du, woran mich Lapp ist erinnert? Nix sagen, nix sagen, nix sagen. Weißt du wirklich nicht, was ich meine? Ich kann nur so knuscheln, ich habe nicht verstanden. Weißt du, woran mich Lapp ist erinnert? Wann? Herpes? Lapp ist. Achso. Oh, Julian. Du weißt euch meine, oder? Ja. Ach ja. Ist ein Stück von der Burg auch verbrannt? Was? Fehlt was von der Burg. Von der Burg? Ja, an der Burg fehlt was. Von der Art? Ja. Da ist doch irgendwo Holz. Achso das hier. Ja, das hat extra ein Luftgespräch. Nein, das war ein Creeper. Keine Ahnung, wer das war. Wann, wo ist jetzt das? Holztruhe. Wo ist jetzt das? Ich brauche Holztruhe. Die sind in der Holztruhe. Oh nee, sag nicht, ich muss heute wieder auf meine Klassnachtur hauen. Und was ist denn passiert? Ich muss ja nur noch was ich machen muss. Ja, ich weiß, dass du es machen musst, aber ich weiß nicht warum. Das ist überhaupt zuerst. Ja, weil ich mache Spacke. Also, mein Test ist frisch auf Probesitzer Zeit. Ich habe schon überlegt mir eine Leute zu kaufen. Nee. Nee, nee. Nee, ich brauche schon eine P4. Ich brauche schon eine P4. Ich brauche mir schon eine P4. Ich habe aufgebraucht. Ich habe aufgebraucht das Bett. Die Durability ist kaputt, ja. Ja, auf jeden Fall. Keine Durability mehr. Es muss neue Wolle nachgelegt werden. Mann! Hier sind doch Treppen! Jetzt nicht mehr. Doch immer noch eine. Doch, jetzt nicht mehr. Hier sind auch noch Schufen, ne? Also diese Hivesnaps. Brauche ich nicht. Alter! Diese Tochter. Ich kann da fast rein. Mann! Scheiße! Scheiße! Die durch eine Melone falsch gewachsen. Was? Keine Melone falsch gewachsen. Hier ist wohl leer drüber gelaufen. Oder ein Zombie. Oder beide. Wahrscheinlich der Mini-Zombie. Der Mini-Zombie! Was soll das für ein Haus da sein? Was? Weil jetzt auch noch nicht da. Was soll das ein Haus sein? Das wird mein neues Haus. Was soll? Sag nicht, dass du das hier umgekehrt hast. Ich baue es hier auf dem PvP-Servor. Ich baue es hier auf dem PvP-Servor. Dann fehlt aber noch das mit Zählen. Und drumherum. Soll ich mal ein Haus wie... Auch wie auf dem PvP-Servor? Nein! Bitte nicht! Okay! Das habe ich auch scheiße gebaut. Ja! Schärfe 3-Verbrennung, 2-Schwert. Willst du das? Was? Ja, immer doch. Ja, so. Die ist aber fast kaputt. Ja und? Was ist das denn für eins? Hat doch 106 Dora. Ich habe 3-Verbrennung, 2-Dier-Schwert. Ja, was ist 8-Dier-Schwert? Okay. Wer nehme ich? Oder? Nein! Ich glaube, ich repair die beiden Schwerter und dann habe ich einen Schärfe 4-Verbrennung, 2-Rückschluss, 2-Schwert. Ja, mach das. Sag mal wieder. Ich habe mal wieder kein Schwerter. Ich habe immer noch kein Schwerter, oder? Obwohl das kostet 33 Level und dann habe ich... Schiff 4! Obwohl das Schiff... Oder? Nee! Nee! Das ist Verschwendung. Also wenn du das haben möchtest, liegt in der Schwerterdrohe. Ja. Alter, die Musik ist zu laut. Glaube ich. Ein guter Staubsaugtrate. Yay! Okay, das war die niedrigste Lautstärke, die ich gerade drin habe. Und die sind immer noch zu laut. Jo, meine Husten wäre fertig. Jo. Jo. Ich bin irgendwann mit sortieren fertig. Also irgendwann. Jo. Ja, ich bin verzaubert. Yay, verzaubert ist... Federfall 4 Schuhe. Nee, Federfall 4 Schuss hier. Schuss hier. Ich bin gleich wirklich fertig. Ach, scheiße, das wird nicht reichen. Ich brauche mehr Treppen. Gezauberte Bücher. Oh, ich habe eine Seite gleich fertig. Yay. Und eine Seite ist fertig. Ich möchte die andere heute machen. Kakaobohnen. Ach du Scheiße. Kakaobohnen. Da, da, da. Da, da. Wohin kommt denn bitte Zucker? Hm? Egal. Zucker. Oder reicht es vielleicht doch? Sattel. 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 Oh, oh. Es reicht vielleicht doch, Julian. Es reicht. Oh, er hat das Sattel getan. Julian. Es reicht. Oh. Yay. Es reicht. Es reicht. Yay. Er ist ein Creeper. Er kommt mich besuchen. der wird umsache Exo hat er einen Steckleinen ja einen Steck oh ja, der ist so ja, der hat einen Steck-It-Light er riecht dich die ganze Zeit über Steck-It-Light auf ja, wegen Steck-It-Light denke ich mal, dass ich so schrinken kann wegen der Hose wegen die Hose wir haben doch keine Quater-Bosen Steck-It-Light ach ja, stimmt die Scheiße wir haben fast voll Quanten mit Steck-It-Light aber ich kann schon mal spoilern und sagen, dass wir in Folge 99 voll Quanten haben ja, voll hart weil wir nämlich bis Folge 99 aufgenommen haben und wir haben was Großes gebaut, ja ja, was Riesiges das hab ich gebaut, also nicht das in-Leben nicht das in-Leben, ich hab eigentlich nur den Grundriss gebaut aber immer noch meine Idee ja, und ich hab's gebaut was trotzdem meine Idee, ey trotzdem, ich hab's ausgebaut äh, ja, ausbauen tue ich auch noch irgendwann mal vielleicht Eisentür haben zu kommt eine Eisentür zu Redsum oder zu Eisen? mit Eisen okay ich frag mich, wozu sie die zu Redsum haben will es nur bei die, nur mit Gott ja, weil die mit Redsum hat bedient werden da hab ich auch so was wie, äh, Pistons, Knöpfe äh, Hebel Haken, Knöpfe, hatte ich schon Redsum Verstärker und Redsum wackeln deinem Ruder finde ich nicht ich brauch mehr Holz, Julian toll was toll, was haben wir kein Holz mehr? ich hab kein Holz mehr, also ich brauch, äh Eichenhäu hee, 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 nicht endlich hee, hee, hee nein, ja, nimm, aber irgendwann ist noch oh, oh, fertig, update ist fertig LOL uh, trotzdem, wir nehmen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter auf, wie später, komm ja, ich weiß, jetzt hat es sich aber gerade geschlossen das Abteil ist fertig das Abteil ist fertig wie geil oh, und jetzt muss der nochmal neu da laden, weil der das zweite laden muss ach so, ja, stimmt hee, 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 hee holen kommt verzauberte Bögen ach komm, das kommt auch zu Waffen da kommt sowieso zu Waffen da kommt sowieso zu Waffen so, verzauberte Bögen was würdest du als liebstes in Minecraft als nächstes haben? LOL 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 würdest du jetzt nein ich hab' von Exo Stärke 5 von Endlichkeit Flamme 1 und Schlag 1 das geht nicht, man kann es nicht zusammentun du 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 scheiße ich möchte was wir gekennzeichnet haben ich möchte Exo hat doch ein Endlichkeitsbuch ok, 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 ok kann es ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben ganz ruhig bleiben ich will es sich mal abnehmen ich will es ein Endlichkeitsbuch ich will es ein Endlichkeitsbuch Zwischenesreicher Glück Federvoll Wasserfilität Hab ich das schon reingetan? Die Mutter haben wir schon reingetan Ich hoffe, ich hoffe, wir ist weg Was suche ich? Nein! Wo ist das Unendigkeitsbuch? Was suche ich? Hat XS mit Laird getradet? Weiß ich doch nicht Nein, wo ist das Unendigkeitsbuch? Ich will das Unendigkeitsbuch haben Ah! Nein, nein! Das ist immer noch geil Was denn? Guck mal, das ist so geil Was denn? Woher? In dein Haus? Zu deinem Haus? Ich find das so geil, ey Das ist immer noch so geil, ey Das ist so Der, 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 der Alter, der ist ja schon vorbei Alter! Guck dir mein Haus an! Guck dir mein Haus an! Ohne Fenster! Ohne Fenster! Wasser einmal! Noch ein Wasser einmal! Noch ein Wasser einmal! Und noch ein Wasser einmal! Und noch ein Wasser einmal! und Schäfer der Heimler ich habe nur das auf die Wicht hatten die Tore zu tun hat getrunken und nur exos-kriegsort alter hat was auf die Schwer drauf ist er hat man und auch und eine Mutter er hat noch einmal ich habe von Verbrennungsweil Rücksicht zwei Euro Plenner und drei Nein, du schlägst mich nicht damit. Hallo, du stirbst nicht. Aua. Komm, einmal ausprobieren. Komm, bitte. Komm, bitte. Oh, nee, ich muss auf meine Tastatur hauen. Wie viele Level hast du? Äh, 17. Nein, wie viele Level hast du wirklich? 17. Hast du nicht? Hab ich wohl. Hast du nicht? Nein, ich möchte nur wissen, bitte. Nur einmal schlagen. Du stirbst auf keinen Fall davon. Nein, du brichst in der Lederrüstung bündelt. Hallo, das macht zwölf Schaden. Ohne Rüstung machst du zwölf Schaden plus, ähm, das macht noch nicht mal zwölf Schaden. Das macht gerade mal. Das ist klar. Das macht neun Schaden plus Verbrennung. Aber von der Verbrennung stirbst du nicht. Schärfe fünf. Ja, nee, ist klar. Ja, pro Schärfe kriegst du ein, äh, ein, ein Schaden mehr. Das macht vier Schaden. Das ist ja nur ein Goldschwert. Das ist kein Dschwert. Ja, komm, mach, wenn ich sterbe, dann bist du tot. Du wirst nicht sterben. Dann ist es nämlich ein weiterer Tod von dir. Das heißt, dein Haus, der nächste Haus. Wir machen das, wir machen das an Brunnen. Ne, mach Rüstung an. Das ist doch scheiße. Und du kannst ja den Brunnen gehen. Wie, du gehst gleich nicht in Brunnen, sondern stirbst einfach so, okay? Ich bleib im Grund stehen. Ganz einfach. Okay. Bereit? Ja, okay. Wie viel hast du gezogen? Vier. Vier Herzen? Ja. Sag ich doch, das tötet nicht. Das hätte ich vielleicht auf zwei Herzen runtergelevelt, aber du hast nicht gestorben. Woher kommt das Schwert? Das Schwert? Kommt in die Küste, die mir gehört, Leute. Ne, kommt es nicht. Ohne Scheiße, ich tu das gerade in die offizielle Truhe. Ich weiß nicht, wenn ich... Obwohl... Ne, ne, ich behalte es. Das kann ich dir in die offizielle Truhe tun. Ich werde es, glaube ich, nicht benutzen, aber vorher hat mich die ganze Zeit, damit es schlägt. Obwohl ich glaube nicht, dass wir jetzt noch viel Krieg haben werden, wo Exo da weg ist. Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich will auch gar keinen Krieg. Ich bin immer noch die schöne Note. Klar, die schöne Note. Nämlich jemand. Lol. Lol. Ich habe gerade einen Sattel verschwinden lassen. Oh! Voller hart, ey. Ja, der Sattel ist weg. Und jetzt ist er wieder da. Lol. Ich will sagen, guck. Guck mal kurz, guck mal kurz. Nein, ich kann gerade nicht. Ich bin gerade dabei, mein Haus auszuprobieren. Geil! Ich glaube, man kann keinen Sattel verschwinden lassen. Geht das auch mit Schaltplatten? Ja, mit Schaltplatten geht das auch. Was hast du gemacht? Ich habe einfach... Du musst eine Schaltplatte in der Hand haben. Also Sachen, die man nicht stacken kann, glaube ich wahrscheinlich. Du musst eine in der Hand haben. Also hier so, ne? Und dann... Also in der Truhe halt. Mit dem Mauszeiger drüber. So. Dann hast du es in der Hand. Dann musst du einfach auf die andere draufklicken und gedrückt halten. Dann ist die andere weg. Wenn dann wieder loslässt, ist es wieder da. Oh Gott. Mein Bett schwebt. Oh Leute, wir sind mal Frankreich schon weggebrochen. Weih! So. Nein, ich habe wirklich den Endermare angeguckt. Ach, das ist doch... Unter der Stadt ist gerade ein Endermare. Und der hat es... Oh Gott. MML macht Stress. Sag mal. Oder was? Hätte ich nicht springen oder was? Während die hoher prozent? 27 prozent. Oh nois. Erde, 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 Erde. Blöcke, 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 Blöcke. Alter, Exo hatte so viel Zeug Übrigens hat Exo mir geschrieben, dass er jetzt mit Minecraft aufhört Keine Ahnung Alter, die Musik ist so scheiße laut Nein! 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 Komm ins Lager! Komm mal Nein! Scheiße! Nicht schlimm ist, aber ich habe keinen Platz mehr für Erde Weil die Doppeldrohnen sind voll Ich muss nur weiter die Kiste machen Ja, aber hier ist kein Mensch in der Nähe frei Ach komm schon Dann machen wir mal ein Lager extra nur für Erde Hier warte, warte Hier ist auch noch Platz Mach hier hinten noch eine Doppeldrohne Es sind noch zwei Doppeldrohne, die kriegen wir nicht voll Die kriegen wir voll Die kriegen wir noch voll Nee Doch, wenn wir den Graben weiter ausleben Stimmt Erde Deine Mutter kriegen wir voll Erde Alter, Alter Mein Haus steht ja so alleine Das regt mich auch Keine Sorge, da kommen bald irgendwann noch Häuser hin Und was findest du, welches Haus von allen Häusern, die wir haben, sieht am realistischsten aus? Am realistischsten? Also der hat es auf keinen Fall Weil das ist ja riesig So was gibt es heutzutage eigentlich so gut wie gar nicht mehr Deins, also dein jetziges Also bevor es vergruppelt wurde Warte, warte, erst mal Exos Haus schon gar nicht Es ist zwar eine Villa, aber es ist ja auch noch gar nicht fertig Jetzt kann man sich gar nicht so vorstellen Äh, na natürlich deins, weil meins ist erstens abgefackelt Und zweitens, äh, war meins so komisch Also am realistisch, der sieht auch nicht wirklich so realistisch aus, aber am realistisch Stan Ja, ja, ich hab ja nicht, dass man jetzt auch umscheißen Ja Ich hab ja nicht, dass man jetzt auch umscheißen Ja Ich hab ja nicht, dass man jetzt auch umscheißen Das denn zu scheißen? Hier Das seh ich gerade, ich hab zu viel Wolle gesetzt Oh, endlich hab ich den Fehler bekommen Den Fängler 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 Alter, die Musik ist viel zu laut, warum ist die? Ich hab die gerade auf 2% Die Riga geht bei ihm so Ach, sie auf 1% Die geht aber nicht Doch, jetzt ist sie auf 1% Ja Ja, ging vorher nicht Ging nicht Nein, na, Ausrede Ich brauch mehr Fackeln Ich hab gar keine Fackeln in meinem Haus Hm, warte, ich brauch ne neue Aus Und ich muss noch nen Weg zur Straße machen WTF Ey, ohne Scheiß, exotisch Steinstufen, ne? Guck, guck ins Lager Wir haben ne Reihe voller Steinstufen WTF 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 Was wollt ich holen? Weiß ich nicht Oh man, was wollt ich holen? Ah ja Du hast eben gesagt, zu viel Wolle Weißt du, wie bei der Elf? Alter, warte, warte, warte! Oh, Thron! Guck mal, guck mal Über 2 ist 6 Thron Über 2 ist 6 Das ist nicht so, ich sag doch, wir sollen ein Haus aus Thron bauen Alter Wir können das Lager ja ausschauen WTF, wo macht man so viele Thron? Also bei uns kann ich das verstehen, wir hatten ziemlich viel Thron Und jetzt für das Lager hat wir auch noch ganz viele übrig Aber Exo hatte irgendwie, keine Ahnung, 32 Thron, obwohl der nur 4 aufgestellt hatte Kohle Noch mehr Kohle Noch mehr Kohle Die Öfen hat er, glaube ich, noch gar nicht abgebaut Loll! Ah! Jetzt hört ihr wie es klingt, wenn die Folge doch mal ein bisschen zu lang ist Okay, bis zur nächsten Folge bei Let's Play Deck it Light Wenn euch die Folge gefallen hat Ja, auf jeden Fall Deck it Light What the fuck, bin ich verwirrt Let's Play Das war mal Das war mal wieder eine Folge Let's Play Minecraft Zusammen mit dem David Laird Kommt wahrscheinlich nächste Folge auch dazu Und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen Wenn nicht, dann könnt ihr auch eine negative da lassen Dann weiß ich zumindest, wie euch die Folge gefallen hat Und ja, dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal